Moin Moin Leute, Ahrensburg Alex. Wie immer hier, willkommen zu einem weiteren Tutorial für die Map der Eisendrache. Und zwar will ich euch jetzt zeigen, wie ihr denn den Zorn der Alten bekommen könnt. Seine Spezialwaffe, Pfeil und Bogen. Dieser kann Feuer schießen, beziehungsweise Feuerbälle schießen. Diesen kann man sogar noch upgraden und noch stärker machen. Tutorials dazu findet ihr natürlich auch auf meinem Kanal. Also schaut am besten mal in meine Playlist rein, die ich in der Videobeschreibung verlinkt habe. Auf jeden Fall Leute, will ich nochmal sagen, wir gehen mal zum ersten Drachen, den wir füttern müssen. Und zwar rechts vom Spawn. Wenn wir hier durch das Tor gehen, sehen wir, dass dort ein verstanderter Drache ist. Wenn wir jetzt ein Zombie in der Nähe dieses verstanderten Drachen töten, dann wird dieser Drache aktiviert und kann danach auch die Zombies fressen. Beziehungsweise er kann gefüttert werden. Denn wir müssen die Zombies in seiner Nähe töten. Und dann frisst dieser Drache immer eine Zombieleiche zur Zeit. Heißt also, wenn ihr das Ganze in einer relativ niedrigen Runde hier abschließen möchtet, dann macht es am besten so, dass ihr erst den nächsten Zombie tötet, nachdem der Drache den vorherigen Zombie runtergeschluckt hat. Ihr seht es ja hier bei mir, wie ich das in so einer relativ niedrigen Runde gemacht habe. Und das ist auf jeden Fall die schnellste Art und Weise, wie wir den Bogen uns verdienen können. Wenn der Drache dann genug hat, dann zerfällt er einfach wieder zu Steinen. Und dann wisst ihr, dass dieser Drache zu Ende gefüttert ist. Dann gehen wir zum nächsten Drachen. Den finden wir in der Nähe des Innenhofs dieser Burg. Hier in diesem Gebäude drin. Das Tor öffnet sich übrigens, wenn ihr den Strom aktiviert habt. Diesen füttern wir ebenfalls, bis dieser zu Stein zerfällt. Und dann geht es zum nächsten Drachen. Dieser befindet sich im Keller dieses Gebäudes, wo wir eben drin waren, neben der Pyramide. Dort machen wir mit exakt das Gleiche. Wir füttern den so lange, bis er zu Stein zerfällt. Wenn das erledigt ist, dann gehen wir zu diesem toten Ritter oder was auch immer das sein soll. Und hinter dem sieht man einen Pfeil und einen Bogen. Diesen können wir jetzt aufnehmen. Und dann haben wir eine neue Spezialwaffe. Und übrigens, wenn ihr diesen Pfeil und Bogen aufsammelt, verliert ihr die Waffe, die ihr gerade in der Hand habt. Also passt auf jeden Fall darauf auf, dass ihr nicht eure stärkere Waffe in der Hand habt, wenn ihr euch diesen Bogen schnappt. Und mit diesem Bogen können wir, wenn wir kurz auf den Schussbutton klicken, einen schwächeren Einzelschuss machen. Oder wenn wir die Schusstaste länger gedrückt halten, lädt sich dieser Bogen auf und macht dann einen stärkeren Schuss, der allerdings zwei Pfeile kostet. Und Leute, soviel dazu. Ging ja relativ schnell hier. Wenn ihr wissen wollt, wie man das Ganze upgradet, schaut am besten in die Playlist rein, die ich unten verlinkt habe. Und da würde ich doch mal sagen, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch geholfen hat, vergesst natürlich nicht, das Video mit einem Daumen nach oben zu bewerten. Und wenn ihr neu seid, könnt ihr natürlich auch gerne ein Abo dalassen. Das war es jetzt von mir, Leute. Viel Spaß beim Zocken und dann sehen wir uns demnächst.